Das Geld Wir haben in Deutschland Münzen und Scheine. Die Münzen sind 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro und 2 Euro. Alles das, was da drüber liegt, gibt es nur als Schein. Der Schein. 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro und 100 Euro. Ich hätte noch sagen sollen, die Münze, die Münzen, der Schein, die Scheine. Was kostet das? Was kostet das? Oder wie viel kostet es? Wie viel kostet es? Und die Antwort wäre dann vielleicht 10 Euro, 20 Euro oder es heißt, das kostet 10 Cent, das kostet 50 Cent, das kostet 2 Euro. Das kostet 30 Cent, das kostet 30 Cent. Dass die Münze, die Münze, die Münze, die Münze, die Münze, die Münze, die 5 Euro, 20 Euro und 20 Euro.